Leute, schön, dass ihr wieder angemacht habt, denn heute nehme ich euch mit ans Meer. Ich möchte heute in ein Aquarium gehen, wo es Delfine und Orcas geben soll. Ich freue mich schon. Hallo Leute, ich bin total motiviert loszugehen, weil ich schon einen ganzen Plan habe, was ich machen möchte. Außerdem freue ich mich auf die Delfine. Das waren schon immer meine Lieblingstiere. Ich habe zwar schon welche in Nürnberg gesehen, aber ich werde jetzt welche auch hier in Japan sehen. Ich fülle mal meine Brille weg. Ich hasse Brille. Das finde ich mich so hässlich. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das so geht. Das betont so meine Nase. Okay. Ja, dann gehe ich jetzt mal los. So dumm, ey, zu sagen so. Ich gehe jetzt mal los. Ich brauche doch meine Brille, sonst sehe ich mir nichts. Ich bin jetzt angekommen. Ich bin total happy, dass ich da bin. Da hinten ist es und wir gehen jetzt direkt rein, weil ich will unbedingt die Orcas sehen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt angekommen, hier ist das Auca-Training, also zumindest wird es hier stattfinden und ja, ich freue mich schon total auf die Überführung. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Auca-Training war gar nicht so schlecht, ich habe mich erst gewundert, warum das so weit weg war, jetzt weiß ich warum, weil sonst hätten die das ganze Publikum das gemacht, wenn sie gesprungen wären einmal. Das Auca-Training war gar nicht so schlecht, einfach nicht so schlecht, ich habe mich auch total auf die Überführung des ZDF. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.